Oder ist das das jetzt? Dass ich schon wieder ein Level vertauscht hab. Nee, das ist das, was ich dachte, dass es ist. Süß. Jo, schlag mal nach mir, du Penner. Tschüss. Da hatte ich Glück. Oh, da bin ich immer gespannt. Super, die gefallen mir. Ding, ding, ding. Ich vermisse das eine Level mit den... Oh, schön. Mit Magie wird das da gehalten. Toll. Ähm. Ja, das eine Level mit den vielen Supersprints. Wo ist das? Zane. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut. Das dachte ich auch nicht. Der hat lustige Hörnchen gehabt. Ähm. Wollte grad sagen, wir müssen doch irgendwo hier oben drauf, um da rüber zu kommen. Da kommen wir aber nicht weiter weg, ne? Joa, dann. Ich habe mir mehr Zeit gelassen mit dem Springen. Funktioniert auf jeden Fall. Das war alles sehr schön, was ich hier gemacht habe. Oh, und... Ach ja. Ich glaube, da bin ich gestorben im Let's Play hier. Oh, meine Nase. Oh. Oh, Gott. Ein Zehner. Ich finde es so schön, dass man das erkennen kann, was da für ein Ding drin ist. Edelstein. Ding. Ups. Ja, da habe ich ein bisschen... ein bisschen zu früh... gefaucht. Okay. Ah! Oh, nee. Die Geschichte mit den... Ah. Ja, ja. Die Geschichte mit den Feuerwerkskörpern auf den Mini-Plattformen. Nicht schön. Oh, da kommen wir ja sowieso erst später hin. So, was hast du denn zu berichten? Wer bist du überhaupt? Eldrid. Danke, dass du mich befreit hast. Supergeile Hörner. Der hat ja sowieso dieses Chemie-Zeug-Behältnisse da gehabt und dann seine Hörner auch noch und damit. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, nur zwei. Ich habe schon gedacht, es wären drei hier unten drin. Warum juckt meine Nase jetzt so heftig? Kann doch nicht. Kann doch nicht sein. Ah, jedes Mal verpeile ich die Geschichte mit dem Flattern. Ich nenne es immer Flattern irgendwie. Ach komm, holen wir hier oben noch den Kram und dann gehen wir erst nach unten. Thunder. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt, der magischen Künstler. Geile Flügel. Mir gefallen die Drachen hier irgendwie. Die sind toll. So, dann ab hier runter. Gibt es hier sonst noch irgendwas irgendwie? Oh, ein Leben. Das ist schön und ein Feuerwerksbezumpe. Mit gar nicht mal so wenig Edelsteinen drin. Anscheinend gibt es hier 500 Edelsteine. So, und jetzt können wir da rüber. Schönes Wasser. Wasser gefällt mir da unten. Können wir leider nicht drinnen schwimmen. Aber sieht schön aus. Kelvin! Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Ja. Werd ich machen. Kümmern wir uns erstmal hier um die Edelsteine, weil hier gibt es so ein schmales Ding irgendwie. Da wird mich das, glaub ich, nur irritieren. Auch wieder sehr schön gestaltet. Mir gefällt das super mit dieser Magie hier oben, dass das so gehalten wird. So, jetzt, jetzt bist du dran, mein Freund. Da hat er grad wieder so'n Boost gehabt. Mein Gott. Es kann doch nicht sein. Ah, dankeschön. Okay, jetzt sind die Feuerwerkskörper dran und dann sollte eigentlich alles Palletti sein. Obenauf. Wofür auch immer. Vielleicht hier für die... Warum fehlen uns 20 Edelsteine? Das ist doch ein Witz. Das sieht mir sehr nach Anfang aus, was Sparks da zeigt. Zum Glück kommen wir wieder zurück. Zum Glück. Oder du zeigst auch dahin, ne? Ja, es sieht sehr nach Anfang aus. Okay, dann fliegen wir halt nochmal zum Anfang. Bestimmt hier irgendwas im Gras liegen lassen, weil eben den Fünfer hab ich irgendwie auch nicht gesehen. Oh, 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 oh. Da haben wir aber was übersehen. Gut, da hab ich auch nicht nachgeguckt, muss ich zugeben. Aber gut, dass wir Sparks haben. Wir benutzen natürlich wieder den normalen Level-Ausgang. Das ist ja hier gerade um die Ecke. Quasi. Haben wir alles? Ja. Ach, Moment. Verbrenne das versteckte Gemälde. Das ist so verwirrend mit der Musik hier in dem Menü, ne? Ich denke nämlich dann jedes Mal irgendwie... Das letzte Mal war Dennis nicht da, aber jetzt ist Dennis da. Aber ich denke mal so, dass der so voll laut die Musik von Spyro anhält. Ähm. Vor allem, weil ich das auf Kopfhörer hab. Gut, also luftige Höhlen verbrenne das versteckte Gemälde. Dann... Ich könnte mir vorstellen, wo das ist. Entweder es ist hier. Unten bei den... Wo die zwei Dickerchen waren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das Gemälde ist. Sind wir hier überhaupt in luftige... Ne, wir sind gar nicht in luftige Höhlen. Siehst du mal. Gut. Dann fliegen wir jetzt nach Hause. Besuchen dann nochmal die luftigen Höhlen. Lüften liegen. In luftigen Höhlen. Wo könnte denn da das... Gemälde sein. Ah. Ich muss auch unbedingt... Jedes Mal, wenn ich irgendwie Level betrete... Ähm... Mir die... Die... Die Stilpunkte angucken. Gerade ein bisschen Wasser zu mir genommen. So. Luftige Höhlen. Wo könnte da das versteckte Gemälde sein? Das könnte... Hinten... Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikro gekommen. Das könnte hinten sein. Ich hoffe nicht, dass es bei den Spinnen ist. Aber ich gehe auch mal nicht mal aus, dass das bei den Spinnen ist. Ich denke, das ist... Irgendwo anders. Oh, mir fällt gerade ein Beastmasters. Da gibt es ja Treetops. Da gibt es ja Treetops. Hm. 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 So. Aua. Au. Also es muss ja irgendwo an der Wand sein. Vielleicht da oben irgendwo. Ich weiß auch nicht, was das für ein Gemälde ist. Und das Interessante wäre... Ups. Das Interessante wäre natürlich auch noch zu wissen, ob es dieses Gemälde auch im Original gab. Aber das werden wir dann sehen. Ähm. Wenn wir da sind. Und es vielleicht gefunden haben. So, aber ich habe jetzt... Dass es vielleicht hier irgendwo ist. Hier irgendwo an der Wand. Gemälde ist ja eigentlich so ein Ding mit Rahmen drumherum. Das ist also kein Graffiti oder sowas. Oh, da bricht aber gerade die Frame-Wade ein. Da kann die Playstation 4 nicht ihre Awesomeness... ...kommt sie nicht drauf klar. Handeln. So war das Wort. Playstation 4 can't handle its Awesomeness. So, ich habe jetzt gesagt, dass es entweder hier ist. Das Wasser macht komische Geräusche. So, entweder hier. Hier war es aber nicht. Gucken wir mal hier noch. Ich weiß auch nicht, wie groß das ist. Ob das nur so ein kleines Pupsbild ist oder... ...ob das wie so ein riesiges Teil ist. So, dann habe ich gedacht, es könnte vielleicht... ...hier hinten drin sein. Das war so mein erstes... ...mein erster Gedanke. Aber hier ist nichts. Dann. In einer hier der beiden Räume. Aber da steht ja versteckt, ne? Das wäre jetzt natürlich noch eine Idee. Weil da gibt es ja diesen Raum, von dem ich gesprochen habe. Dass der so pornös aussieht. Dass der da ist. Der Gemälde. Und dass die Fehl mich jedes Mal da hochbringen. Every time. Aber es war auch im ersten Teil so. Deswegen sollte ich mich nicht beschweren. Sie haben nur das gemacht. Was der erste Teil auch gemacht hat. Frage ist halt auch noch, was verstehen die unter versteckt. Versteckt einfach nur irgendwo hingestellt? Oder versteckt, dass man noch irgendwas machen muss dafür? Tja, ja. Muss man doch irgendwie... ...was dafür abfackeln muss oder so. Hm. Tja, also hier sind wir nicht. Dann gäbe es noch die Möglichkeit in den... ...Raum da rechts, wo wir reinfliegen müssen. Hier. Dass es hier irgendwo ist. Aber ich denke mal, dass das eher in so einem Raum ist. Der so... ...huch. Der halt so ausgestattet ist, sag ich mal. Wo jetzt vernünftige Wände drin sind. Also nicht in so einer Höhle. Oder es ist halt wirklich... ...in der Höhle. Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, so. Also in der Spinnenhöhle meine ich natürlich. Hm. Das blaue Sparks gefällt mir sehr gut, übrigens. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingssparks. So, dann gucken wir mal hier drüben noch in der Höhle. Das ist ja auch. Wir sind halt immer so Aussparungen. Da denke ich mir so, ja geil. Uh, da war aber knapp, du. Hm. Tja. Vielleicht ist es ja auch oben bei der Fee. Ihr hilft mir jetzt auch nicht weiter, ey. Da könnte was sein. Nee. Scheiße. Muss ich das jetzt echt googeln? Ich hab da echt keinen Bock drauf, das zu googeln, ne? Ja. Hm. Hm. Ah, du hängst da schon wieder. Ja, ne? Ich will das ungerne googlen. Aber jetzt sind wir gerade mal hier und ich finde es halt nicht. Das ist scheiße. Ich hoffe mal, dass das irgendwie... Ich werde es googeln und ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie eine Stelle ist, wo man nicht drauf kommen kann. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dumm. Okay, da bin ich wieder. Ich war in dem Raum drin, wo es ist. Allerdings hängt das an der Stelle. Da kommt man nicht unbedingt Schäden. Und zwar ist das nämlich... Bei diesem Raum geht man eigentlich nur in eine Richtung, weil man hier vorne nicht mehr zurückkommt. Aber wenn man sich rumdreht, sieht man da oben ein Bild von... Weiß ich nicht. Und das sollen wir verbrennen. Da kamen wir nicht hin. Alles klar. Gut. Dann beenden wir das Level. Ich glaube, da hätte ich Ewigkeiten nachgesucht. Es tut mir leid, dass ich googeln musste, aber das... Ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, äh... Blowhard. Gab's, glaube ich... Gab's da noch was? Oder war das nächste wieder bei den Beastmasters? Ich weiß es nicht. Weische Taste. Was wollte ich hier über... Achso, genau. Fähigkeiten. Wirbefehl. Reite zehn Sekunden lang auf einer Droiden-Plattform. Okay. Achso. Achso, ja, hier ist ja der Supersprenn. Ist hier oben noch ein Level? Ja, hier. Zauberberge. Das ist das Level, was ich vermisst habe. Also nicht unbedingt vermisst, weil ich es eigentlich nicht so wirklich mag, aber das... Ich dachte mir, hä, wo ist das Level? Aber wir haben es gefunden. Und ich habe gesehen, in dem Video, was ich eben gemacht habe, man kann hier... Faxen... Machen. In den... Oh. Sieht mal bedrohlich aus. Man kann da Faxen machen in den... Ladezeiten. Hallo, Sparks? Hier waren vorher so schöne Platten irgendwie auf dem Boden. Das haben sie jetzt weggemacht. Da haben sie einfach Rasen hingeklatscht. Ich fand die Platten schöner. Ich glaube, da müssen wir noch nicht rum. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo wir langfliegen müssen, um zu dem einen Typen da zu kommen. Musik ist es, gefällt mir. Der da drin, der checkt nicht, dass... Der hat nicht gecheckt, dass wir hier draußen sind. Gab es hier nicht noch was, wo man hinfliegen konnte? Werden wir ja gleich sehen, wenn man hier durch... Füßen. Ups. Also die Hütchen-Männer gefallen mir sehr gut. Also sehr, 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 sehr gut. Also richtig gut gefallen mir die. Und guck mal, da hinten sieht man schon... ...die Horror-Plattform. Nenne ich sie mal. Oh, mir fällt gerade ein. Ich bin so gespannt, wie die Elektrolle aussehen. Ich liebe die Elektrolle, die sind so süß. Also die gefallen mir sehr gut mit ihrem hochgezogenen Kragen und dem Mützchen. Die sind super. Da oben, genau. Müssen wir doch nochmal außenrum. Das war dann vielleicht doch da, wo ich es mir gedacht habe, dass sie sind. Die Plattform. So, was hast du zu erzählen? Jarvis. Willkommen in den Zauberbergen. Hier gefällt mir die Superladung am besten. Zeig es diesen Zauberern. Schöne Flügel. Aber wir... Achso, kann man sich ja ganz gut merken hier. Da, wo die Treppe ist, dann da hinten. Ich glaube, das ist sogar da, wo ich mir gedacht habe, dass man da langfliegen muss. Ja, schön mit den Wasserreflektionen. Soll das, glaube ich, sein. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob das von da kommen würde. Sehr schön. So. Tülü, tülü, tülü. Wirbelwind. So, hier ist die Brücke. Und dann... Uiuiui. Sollte das eigentlich hier irgendwo sein? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Hätten wir das auch hinter uns. Es kommt ja nur noch Schlimmeres. Sind... Leben, genau. So. Ein Zehner, noch ein Zehner. Mein Ohr juckt. Nase juckt, Ohr juckt, alles ist am Jucken. So, ihr... Guckt jetzt auch erstmal aufs Maul. Ich finde es lustig, dass die keine Socken oder sowas anhaben sind. Einfach... Ja, doch, die haben Schuhe an, aber schlappen, ne? Also Badelatsch. Also nicht latschen, sondern so Schläppchen, ne? War hier oben noch was? Ah, die können wir mitnehmen. Okay. Da hat er irgendwo noch eine Kiste, genau. So. Machen wir erstmal die Gegner hier alle platt. Und dann holen wir uns den... ...den Drachen, den wir befreien können. Da holen wir uns natürlich auch noch. Das war schön. Oh. Den habe ich nicht getroffen. So. Die haben immer so dicke Nasen, ne? Oh. Ja, ja, lach du mal. Oh, der ist auch tot gegangen, oder was? So. Was sind denn die blauen für Edelsteine? Fällt mir gerade mal auf. Weil es gab ja, Rot sind die Einer, Zweier sind Grün, Lila ist Fünf, Zehn ist Gelb, und 25 ist Knetschig-Lila. Und wir haben eben gerade von dem Typen haben wir einen Lila bekommen, hier lagen zwei blaue. Was ist das? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Hör zu, Spyro, nah beim Wasserfall in der Heimat der Artisanen gibt es einen geheimen Ort. Spring dort mal auf die Steine. Heimat der Artisanen, Wasserfall, klingt gut. Ja. Okay. Danke.